Du warst auch bei anderen Veranstaltungen, außer hier bei Bad Nauheim TV? Ja, ich war eigentlich bei allen möglichen Fällen. Also bei Oliver Steinhoff war ich, bei Rio war ich, auch bei denen hier im Trinko-Anlage war ich. Also, ja. Was gäbe es denn deiner Meinung nach zu verbessern, zu verändern? Hättest du einen Wunsch? Also ich fand es dieses Jahr nicht so gut, dass in der Trinko-Anlage alles mit Eintritt war. Weil sonst war es ja immer im Sprudelhof. Und da konnte man ja so hinkommen. Und also das fand ich so ein bisschen als Abzocke, sage ich mal. Aber ansonsten war vieles auch gleichzeitig. Man kann aber nur auf einer Veranstaltung sein. Da musste man sich immer entscheiden. Dadurch hat man vielleicht das eine oder andere verpasst. Und es war manchmal so ein bisschen unglücklich mit den Terminen und wie es so ein bisschen abgelaufen ist. Sie sollte viel mehr für die Fans tun. Sehr viel mehr. Und nicht für alles 5 Euro Eintritt verlangen. Wie jetzt gerade draußen habe ich mit einem Mann geredet, der da nur rein wollte und mal nach Schallplatten oder nach CDs gucken wollte von ihm. Wollte auch 5 Euro bezahlen. Und das ist nicht fangerecht. Sorry, tut mir leid. Die haben dieses Andenken, was die da haben in der Stadt normalerweise, was die normalerweise aufrechtert, treten die mit den Füßen. Also grundsätzlich finde ich es immer ganz prima, dass sowas gemacht wird, damit Elvis Presse nicht vergessen wird. Allerdings muss ich sagen, was in diesem Jahr schiefgelaufen ist, ist eigentlich ein Skandal. Es ist eine Katastrophe, muss ich sagen. Es ist für den Elvis-Fan gut. Es ist schon gar nicht für Elvis. Denn hier wird wirklich Sabotage betrieben. Das ist echt eine Katastrophe. Zum Thema Cadillac-Ausstellung und so. Es kann nicht sein, dass man Eintritt zahlt, wenn ich ohnehin auch Schallplatten kaufen möchte oder andere Souvenerstücke. Und ich muss sagen, das darf nicht sein. Nicht für die Zukunft. Es soll wieder so sein wie die Jahre zuvor. Das war perfekt. Man hat auch gemerkt, dass die Leute auch zurückgeschreckt waren. Und ich muss gestehen, ich war auch anfangs zurückgeschreckt. Ich musste zwei, dreimal überlegen, ob ich das wirklich mehr antue. Also es wurden viele Fehler gemacht beim diesjährigen Festival 2010. Wir haben jetzt erst Samstag. Aber dieser Eindruck setzt sich wohl fort. Oder könnte da noch was verändert werden? Für die Zukunft auf jeden Fall. Und dann was? Es muss was verändert werden. Insbesondere ist, wir sind alles Elvis-Fans. Wir wollen die Fackel weitergeben. Und wir wollen nicht mehr gegeneinander kämpfen. Und auch die Vereine, die verschiedenen Clubs, sollten sich zusammentun. Und nicht gegeneinander arbeiten. Denn auch die Musiker sind alles Kollegen. Und wir wollen nur eins. Wir wollen mit dem Herzen dabei sein. Und wir wollen nicht abgezockt werden. Wir wollen nicht daran großartig verdienen. Wir wollen Freude verbreiten. Wir wollen Freude auch genießen. Und nicht diese Masche. Das ist nicht gut. Auch nicht gut für die Wetterau. Nicht gut für Bad Nauheim. Das ist schlecht. Es driftet ab in den Kommerz. Und hier geht es um die Fans. Und hier geht es um das Motto Elvis lebt. Ganz genau. Ein weiterer Skandal ist hier auch, wie kann es angehen, dass die Kaserne, die Ray Barracks, so vor sich hin gammeln. Es darf nicht sein. Hier geht es ja auch nicht nur um Elvis. Hier geht es ja auch letztendlich um deutsche Nachkriegsgeschichte. Das darf ich auch nicht vergessen. Und da muss dringend was geben. Es bedarf da. Und ich denke, ich bin guter Dinge, dass sie wissen, was tun. Auf jeden Fall. Ich sehe das ganz positiv. Ich sehe das ganz positiv. Ich habe Autogramma bekommen. Ich habe ihm viele Fragen gestellt. Welcher sein Lieblingsfilm war. Und er hat gesagt, Jailhouse Rock, was leider in Mainz nicht war. Ich habe lieber King Creole gehabt. Da war ich enttäuscht. Aber er war sehr nett. Sehr bereit, alle Autogramme zu geben, mit Leuten fotografiert zu werden. Ich habe auch einige Fotos mit ihm zusammen. Und wirklich sehr nett. Und heute immer noch ein bisschen verliebt in Elvis? Oh ja, wahrscheinlich schon. Ich glaube, das bleibt immer ein bisschen. Weil er ist ja mit 42 weggegangen. Und so hat man dann ihn in Erinnerung mit 42 noch. Ich glaube, deswegen vielleicht. Nur wir werden etwas älter. Aber er ist so geblieben. Vielleicht macht es fast viel aus. Sie sind zurzeit wohnhaft in den USA? Ja, ich wohne in den USA. Außerhalb Washington D.C. und komme jedes Jahr nach Deutschland. Ich bin hier geboren und habe in Amerika aufgewachsen. Habe aber sehr lange hier gelebt dann danach. Also back to the roots. Yes, that's right. Back to the roots. Und daneben haben wir wen? Gisela, heute Cox, früher Werner. Und wir sind befreundet. Und ich durfte mit da hinfahren. Ihre Eltern haben uns mitgenommen. Und ich sollte natürlich, weil sie damals nicht Deutsch konnte. Sie wollten nicht, dass sie alleine da hinfährt. Beim ersten Mal durfte ich nicht mit, weil es mein Vater nicht erlaubt hat. Und beim zweiten Mal hat ihre Mutter für mich gelogen. So hatte ich das Glück, ihn auch sehen zu können. Ich habe auch viele Autogramme. Ich habe sogar ein Autogramm von ihm auf einem selbstgemachten, selbstgezeichneten Bild. Das zweite Bild, was ich mit hatte, das gefiel ihm gar nicht. Den hat er auch nicht unterschrieben. Ja, hat er gesagt. So einen schiefen Mund hätte er nicht. Ich, trotzig, wie ich war, habe gesagt, doch. Aber da habe ich kein Autogramm bekommen. Und es war sehr schön. Und etwas Bemerkenswertes möchte ich noch sagen. Abends kamen ihre Eltern, haben uns abgeholt. Wir haben wieder vom Haus rumgelungert. Wir waren ärgerlich, haben gedacht, wir haben ihn gar nicht mehr gesehen. Und da stand er ganz allein auf der Straße. Wir waren alle Fans, waren auf der verkehrten Seite. Und ihre Eltern standen im Auto da. Und dann sagte sie zu ihm, ich möchte, dass ihr meine Eltern kennenlernst. Zwar auf Englisch, das will ich nicht wiederholen. Da ist er da rübergegangen, hat ihre Eltern begrüßt, hat gesagt, hi, Mom, hi, Dad. Als kennt er sie schon ewig. Und ich finde das insofern bemerkenswert. Ich als Deutsche kann mir nicht vorstellen, dass das ein deutscher Starr machen würde. Also ich schätze mal ein, so ein, dass er sehr einfach ein Familienmensch war. Weil er ja seine Mutter auch sehr geliebt hat. Das weiß ja jeder. Und Bezug zu Elvis war durch die Werkstatt, wo ich gearbeitet habe. Das war bei der IS-Garage hier oben, gegenüber von Herrn Halber. Oben drüben ist jetzt die JET-Tankstelle. Dahinter war eine Garage, die war nur für Amerikaner. Schön, dass kam ein Anruf ins Büro. Muss der Kompaniechef gewesen sein. Also, dass der Elvis mit seinem Schieb kommt und dass er genauso behandelt wird, wie jeder einer G.I. oder Kunde auch. Das hat der Chef dann empfangen genommen. Er kam zu mir, hat gesagt, Herr Kreitz, er kommt zu Ihnen da an die Waschernlach und sie tun ihn behandeln, wie der Kompaniechef oder der Kommandant irgendjemand vorausgesagt hat. Dann hat er sein Schieb da reingefahren. Da habe ich ihn angewiesen, habe gesagt, soll ich ein Schieb da reingefahren? Haben wir den hochgenommen und er hat daneben gestanden, hat zu uns in seinem Uniform und war ein sehr ruhiger Mann. Also, ich möchte sagen, wirklich ein sehr ruhiger, junger Mann, der da gestanden hat und hat gewartet. Wir haben das Auto gewaschen, haben wir von der Hebe wie in Runde gelassen und das Auto ist nicht mehr angesprungen, weil das Vergasen alles schön voll Wasser war. Und da habe ich gesagt, also, ich hatte auch ein Schieb gefahren und da habe ich gesagt, Mr. Presley, habe ich gesagt, ich nehme jetzt mal ein Schieb und ich werde sie da anziehen, also vorne dran, wie man das so gemacht hat früher. Und wir sind dann die Eleonorenringrunde gefahren und ich habe gesagt, wenn er merkt, dass das Auto läuft, so machen wir das und dann hänge ich ihn wieder ab und dann kann er weiterfahren. Und dann sind wir Eleonorenringrunde und gegenüber in der, ist die Luisen, nee, die Goethe-Straße, das ist Goethe-Straß, glaube ich. Und da hat ein ganzer Pulk vor seinem Wohnhaus gestanden, habe ich auch gedacht, wenn die gewusst hätten, dass der Elvis da oben war, dann wären die hochgesträmt. Na, da haben wir es ein paar Mal probiert, aber es ist nicht angesprungen und dann an Ludwigbrunnen, dann hat sich das Schlaggedacht, dann ist er angesprungen und der Elvis hat gehupt hin, habe ich gehalten, habe, na, wer hat sich bedankt, Trinkgeld gab es keins, weil er hatte kein Geldanstecke gehabt. Na ja, das war's, er hat sich bedankt, da kam er öfters mal in die Garage und hat, aber wir haben vorsichtig gespritzt, wenn er wieder kam, damit man nicht nochmal, ich hätte ihn auch gerne wieder angezogen, aber es hat nicht mehr geklappt.